Bisschen leveln so war es und versuchen so weit zu kommen wie möglich ich bin level 90 und mein Freund Fabi ist level 77 und mal gucken wie weit wir es schaffen also am Ende der Season will ich auf jeden Fall diese Pickaxe hier die ist zu geil und wenn es geht auch noch den ähm den Skin aber ich glaube ich schaff das weil die nächsten die letzte Herausforderung kommt in den ersten 18 Tagen das heißt ich habe ich schaffte es so warum aber da kann man am besten leveln okay aber dann werde ich safe gehen was willst du ach so um Fündlichkeit, stimmt äh umsehen Fündlichkeit habe ich 4 und Zielvisier 3 ich spiel 4 3 und dann 2 5 5 ja das erste bauen ist 2 5 und äh editiert ist 5,0 aber ich bin so gut im editiert alter ich nehm die alle hops ich geb den einen Shot so dann äh ich äh Bauwand editier und geb den den nächsten Shot und die sind down alter so äh so das so ich versuchte es so gut wie möglich zu machen so flüssig wie möglich und mein aim dass mein aim auch sitzt ich ich geh nein bist du auf den Kopf gefallen ich will leveln okay da hab ich ja immer voll gute Runden ey meine Kombi ist so geil sogar guck mal meine runterfliegt Dingsbums Kondensstreifen ich hab so DNA mäßig was für ne guck mal welchen Hengelgleiter ich hab den 90er der ist so fett alter sehe ich gerade aber er hört sich voll geil an ich hab so voll geil ich feier den irgendwie ich feier ja gerät das Set von diesen 100er Skin Diva ich hab zwei Pistols und der kriegt lila ne Tag alter und warte gab bringt die mir mal mit alter und das herr guckchen konnte ich um anfang mit mit leben ich war glaube ich dieses schrieb nur mit Papen spielen weil Papen gibt in letzter Zeit irgendwie Liebe um das ist auch normale sterben was du da machst um warte ich Scheiß drauf ich will erst mal deine Karte ich will aufs Safe gehen warte ich warte ich h h h h h Ja, Digga. Digga, was für die Tür auf, hast du gesehen, wo dein Lut war, Alter, da war nicht meine Tür. Junge, richtiger Lügner, Alter. Und wir landen jetzt zusammen, nicht, dass du auf der anderen Seite der Stadt landest, Alter. Digga, ich bin genau, du bist in die hintere Stadt gegangen. Dort von, ich bin zu den Häusern von der Seite, wo der Bus kam. Ich hab' nicht gehört. Das reicht erst mal. Hab' ich noch gesagt? Ja, also, nimm sie mit, hab' ich gesagt, Affe. Äh, welches? Äh, welches? Lazy. Irgendwie voll... Die, äh, Karte ist so groß geworden, ich schwör auf alles. Siehst du meine Kondensstreifen? Guck mal, meine Alter und meine sind voll geil. Und meine Händegleiter ist voll geil. Ich feier dich irgendwie. Ich feier dich irgendwie. Ich feier dich irgendwie. Ist so, du warst die ganze Zeit draußen, Alter. Du warst mindestens drei Stunden draußen, sagtest mal deinem Vater. Blut. Blut. Hey. Geht doch. Oh, ihre. Sind hier Gegner mitgekommen? Äh. Ach, noch ne paar. Blut. Alter. Du musst nicht damit einspielen. Dann ist sie geil. Glaub mir. Ich hab' ne Papp' für dich. Hier. Bw-bw-bw. Bw-bw-bw-bw-bw-bw. ich die Prüfung von den Zusammensküssen Kürzlisch der Buchhaltung wenn sie die Läge sind die meisten bis zu dem Alter die Warte Kiste und da läuft dran vorbei hier ist ein Sniper für dich Ja, ey Gegner, hole ich schon, meiner, meinen Kill, meinen Kill, habe ich gesagt, boah, du bist so irgendwie los, der andere ist beinahe, du bist so gescheiße, oh, 91, Stufe, bin ich, die anderen erreichen so 56 im Chat so und nicht einfach 91, easy. Oh, der eine ist gar nicht so schlecht, der ist 87, äh, hier ist ein, oh, ja, Mann, du bist schon voll, dann könntest du dich da mitnehmen, oh, noch einer, Junge, kannst du MadKid mitnehmen? Ja, gar nicht, du bist, dann nimm mal mit, wie für, was hast du denn alles in deinem Winter? Was machst du, was brauchst du mit einer Pistole, Alter? Ich MadKid ist besser. Die MadKid ist so unnötig, ach, die Gott, nehm ich, ich hab das MadKid mit. Ja, dafür müssen wir aber bei der ARB weglegen, also auf Fernkopf, kann ich nix machen. Ich hab auch eines, Alter. Oh, egal, ich spiel einfach Papa, ja, Alter, gar kein Bock. Ich spiel Papa P, weil's geiler ist. Boah, und tschüss. Ich nimm mal anstatt zwei MadKids, drei Minis mit. Oh, hier sind drei Minis mit. Scheiß drauf, du kommst ja zurück. Und hier müssten eh noch irgendwo Gegner sein. Komm her. Du musst drei MadKids mitnehmen. Trotz sind zweite Keller, ist es selber. Ja komm her, wieviel hast du? Warte, ich dropp mal, ich dropp einfach. Hier, hab gedroppt. Ach, da hinten. Wie war der nicht rauch? Er ist One Shot. Hab ihn. Ich bin so kacke. Hast du jetzt nichts mehr davon oder nicht? Krieg ich den Loot? Ich sehe es. Hatten 20er kriegischen Loot da. Oha. Dann krieg ich das Holz von dem anderen. Der hat nur 20. Und fair, guck mal, bisschen mehr. Wieviel hast du? Okay, ich brauch doch keine. Guck, komm mal zu mir. Guck bei mir mal. Guck mal. Warte, jetzt. Warte, hier bei diesem Baum. Guck. Guck. Hier hast du. Wieviel hast du? Degg, was hier? Ich hatte ne Big Mama Bubu-Mudi-Kiste. Ich hab 700 Steine. Und 410 Metall. Oh, da ist ein Boot. Komm her, ich hab ein Boot. Ja. Ja. Na, äh, Tock. Gott, sagte welcher Erachter. das richtig von der Gegner 2 Warte mich alleine du bist verwecken ich sag sie jetzt schon das ohne Boot ist zu laut egal ich möchte dich hochhelfen wenn du verweckst da war ich schnell der eine schwimmt die Warte nicht drauf der Teil der Teile pfeift machte eine hab ihn hab den eingefinisht warte ich komme zu dir bevor er die wirklich nur popp okay dann komme ich nicht zu dir hier liegt noch 172 holz ja hier liegt noch genutzt du musst auch fahren und da war 172 Doppel und ich hab eh voll Holz ist mir eigentlich egal und ich hab fast voll steigend und 433 Dings Metall wie viel hast du ich bin hier 200 hab ich getroppt hier vorne bei mir Junge ich bin in der Mitte der Zone was wir wegrennen wo hab ich das getroppt? Hier! oha da schießt man nicht so das übel auffällig du bist so bich ich krieg' Regression bei das Mio Gold ich hab irgendwie 5 HP verloren ich weiß nicht viel mal denkst du das juckt mich? ey ich war das so hardscope auf diesen scheiß Lootrop dort wenn da gleich nicht jemand ist wo wo Digger du bist so aber ich vermute mal aber ich vermute mal da hat sich mit nichts gegönnt ich hab so Angst vor dem ja ja Digger du läufst grad außerhalb der Sorge Drench Laufeln wird Laufeln wird es geht ja in der tats schimpft entstärkend er hat es ich mag gerade Bildfalt. Wange pusht auch ohne Milch, Digga. Hey, Digga, ich kann nicht bauen, warum? Ich hab so... Ich hab so... Der war, ich hab ihn gesnit, was für gelasert, alter. Welchen hast du gelasert, hä, hä? Ja, okay. Warum pusht auch alleine? Ist doch klar, das ist nichts mehr zu tun. Du spielst einfach sehr dumm, alter, du spielst so kacke. Ja, würde ich nicht. Ich würde pressure, damit sie sich nicht erhieren können. Alter, alter. Normale Waffen, wenn sie viele Gegner getötet haben. Ach so, ja. Hoffe ich mal für dich. Das ist nicht... Du hast einfach keine, ey, alter. Ja. Nix gegen dich, aber... Du bekommst die ganze Zeit, dass du kein AID hast. Hoffe ich mal für dich. Das, äh, holly. Oder nela sweetie. Ist mir scheißegal. Was für zu kämpfen. Wir gehen nur ein bisschen, äh, wie landen, nur ein bisschen saver. Aber wir werden eh pushen, weil du jemanden pusht, dann verreckst du und dann muss ich dich retten, alter. Nein, gar nicht, du verr... Digga, ist es immer so, dass du jemanden pusht und dann verrätst und dann muss ich dich, äh, und dann muss ich dich retten. Das war schon, äh, bevor wir rausgegangen sind, war es auch so. Natürlich kannst du was machen, zu mir, Rem. Was für offensiv, du musst einfach nur ein bisschen bauen. Lila nur Tag. Erste Kiste, Lila. Ich weiß nicht, dass ich gut bin. Ich weiß. Was für dumm, Alter. Ja. Ja, dann musst du auch fahren, du Affe. Ja. Ja, ich, äh, ich, äh, Farbe immer und nicht so wie du. Ach so, ja. Ja, aber man... Aber man farmt dann. Ich geh gegner pushen. Ich geh gegner pushen. Ja, ich weiß, dass du diese geworfen hast. Ich geh mir erst mal ein paar Kills holen. Ja, man. Ja, man. Mythische Kiste. Ich hab ne goldene Pistol für dich. Weil ich ne P90 bekommen hab. Ich hab blaue HR, lilande Tag und lilande SMG. Ich hab ne. Digga, wenn da nichts weifen würde. Ich hab ein. Junge, was macht der da? Ich glaub der hat eine Auge bei mir. Der ist mein... Hopp. Der hatte doch keine OG. Der hatte eine normale Börse. Ich kann mir nichts mitnehmen. Ich hab fünf. Hast du Pumpen und ich hab sieben Schuss und kann nicht nachladen. Ich hab ne Tag. Wo denn? Hast du Popen? Wo? Wo hast du gedroppt? Ach da. Denkst du auch, ich guck die ganze Zeit mich um? Der war. Der war. Was liegt da? Kann ich mit dem? Ich hab schon zwei. Ja, wir müssen in die Zone. Oh, ich hab noch ein Metcote. Ich hol das nicht mehr das, was dort liegt. Weil ich hab keinen Platz mehr. Ich hab voll gut Dings. Voll gutes Equipment. Nur anstatt der Tag würde ich lieber Spaß haben. Hey! Hier sind, glaub ich, noch irgendwo gegenüber, oder? Ich auch. Weil ich will auch Kills. Was? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber dann hast du mich gerettet, zum Glück. Und der eine ist runtergefallen. Und wir hatten mehr Pickwing. Lauch. Hatsch wieder an Lauchen. ich bin nicht glücklich mit meinen Dings wo ich bin und du wo hat der denn noch einen 90s gemacht, Digga ja siehst du das war ein Bot-Alter wie viel Pumpen hast du? Digga ich fühl mich grad irgendwie übel unsicher mit diesem Pumpschuss die ich habe mit 21 ich schwöre ich fühl mich so unsicher ich hab so ein Gefühl ich weiß nicht warum aber ich hab so ein komisches Gefühl vor uns ist nur Dings und darauf habe ich jetzt irgendwie Lust ich hab Bock auf diesen Lootrop äh ich hoffe aus diesem Lootrop kommt Dings raus Spaß ich geh erstmal Lootrop holen äh VB sind Gegner die Worte zum Lootrop Deine hat minus 88 nein äh 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 4 4 4 4 äh 4 äh ich geburschen doch ich muss ich geblob ich die Prüsch konsument ich bin ich hab ein Gefühl dass ich ich hab mich in den Hohle ich geh pushen oh mein Gott, da ist eine OneShot, eine OneShot dort oh mein Gott, ey von hinten m so von hinten da hat mir ein Bild gegeben ich hatte sechs Prozent durchschnittlich kannst du dir irgendwie verwirren, dass die nicht wissen, wo die sind und wo du bist und dass die... dann musst du die versuchen von oben zu sprayen bei mir ist einer, naja ich geh die mal melden weil du bist so lost sag ich doch, du farmst nie lass Gruppen keine Spiele, ich hab kein Bock mehr doch ok ich bin leveled aber ich bin so früh wie möglich dann hab ich früher ein geiles Kind und ich will diese, äh, Fusionsense Fusionsense haben die ist so geil nein warum ja 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 es ist mir scheißegal, wenn wir dann nur spielen ich war, ich warte an defensiv gehen es ist mir dann scheißegal ja ok das ist so geil ich schlafe alles in einer Stufe habe ich 100 Fieber dann habe ich tausend 1260 ich hoffe ich bin so hoch ich mache jetzt schon keine Aufgaben obwohl ich glaube ich werde jetzt welche machen damit es schneller geht ja auf einmal sagst du scheiß auf Aufgaben sonst hast du gesagt ja das war auch ich habe das war auch das war auch das ist auf den Kopf gefallen ist mir scheißegal Solo-squad alter ich bin fast 92 das ist geiler ah ja, 10, wo ist 20 Leute auf der Waldo was los ist ich brauche eine Pistole gefunden mit blauer R die Weichung Gratis gelandet schön kurz ja dann hau ab warum Sachsen würde nicht Spaß hallo Wetten du dachtest dass sie so heißt wie heißt sie denn wie heißt die äh äh die äh Pump eigentlich hä ich dachte mir grad so hä wo ist die Pump man sieht sie noch nicht und auf einmal ist es ne Spaß genau als du gestorben bist habe ich diese Waffe hier bekommen aber bis zum Gegner aber bis zum Gegner schluck 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 ich glaub ich geh jetzt auf Kriegs alter ich glaub ich geh jetzt auf Kriegs alter schluck 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 Oh, das muss ich hier sein, glaube ich. Sieh zu und lerne Gibt's nicht nicht Herber der Wohnung gelong, wo ist ein T-Mail unfair Wenn ich gegner sehe ich, weil die so pushen, Alter, weil die so im Grund und Boden pushen Sie waren nicht wissen, wo der Betriebs ist Ih, ich glaub, der T-Mail-Teil hat die nur Stich gelassen Hier Hatte ich grad Anna? Ne, okay Oh Da sind Gegner Na Hä, hier hat doch gerade jemand geschossen Ach, da hinten! Hä Hä, aber die Schüsse kommen von hier Ey Ich empfie nicht Wenn man da was gewinnen kann, nicht Hä? Hä Wo sind denn die jetzt? Ich könnte doch hier einen Baum sehen, oder nicht? Ach, da hinten! Das war so dreckig Das war so dreckig Ey Oh 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 sie hat dazu gelegt welche Skins haben dich geholt welche Skins haben dich geholt das auf mich Junge, überträgt mich nicht. Er kann mir auch Ruhe am Papp geben, so lau wie ich bin. Wo ist ein Bind-Ototivate? Ach man, ich bin so krass! Nein, nein. Obwohl doch, ich habe keinen Bock mehr auf Level. Weil ich schaffe diesen, weil es gerade richtig schwer, auf Level 91, was so zu leveln, weil man halt voll viel braucht. Ich bin so krass. 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 Ich bin so krass, ich bin so krass. starten des Spiels der Pläne abgurte ich wurde so gut erhöhnt 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 ich schwöre auf alle in sie das wird man nicht kaputt machen können und und die sie ich hoffe du spost bei mir weil ich würde nichts machen Mann Junge, beide gehen auf mich, ich will doch Null AR. Affen Alter. Ah, Fabi, ich bin bei dir! Das bin nicht ich! Der ist ja lost. Du kleiner... 1.30er, ich hab dir so den OnePub gegeben. Ja, genau! Ja, genau! Ja, Digger! Die Husus hört mich mal kurz in Ruhe lassen! Äh, ich brauch nur AR, wo ist dies gar? Ach, geil, ich versuch mal Dings aus. Ah, Fabi, ich bin das! Ey! Das bin ich! Du bist so dumm, Alter! Ey, du bist so dumm, Alter! Ey, du bist so dumm, Alter! Fick, schwitzen! Du wirst so tot sein! Ich seh dich hier! Du kleiner Huso, Alter! Mann, Junge! Meine Pampferle, eher unfair! Wie bist du, Fabi, du kleiner Hurensohn? Ich krieg's hier die ganze Zeit einen OnePump! Und er gibt mir wieder einen OnePump, weil er unsichtbar war! Ich bin gespawnt, er ist gespawnt, er hatte Spawnschutz und war unsichtbar! Die, 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 ich treff dich nie, Alter! da da bist du die besucht die besucht uns geben ist auch klar dass er genauer der sollte mich aus der luft digga so verdient du so kleiner noob alter wo bist du alter welchem sport ich hab ihn gesniped ja erst wollte er so wunderschön ja ja glaube er steigt mich ich auch und ich werde von beiden gepusht von dir und von deinem anderen ach ja jeder geht auf mich aber wirklich jeder ich schwör auf alles jeder ich werde diese tage du kleiner lauch alter aber erstmal ruhig steht hä was das aus ach scheiß auf jeden Fall auch er wollte es wirst du ich dachte es wirst du auf jeden Fall ich werde mich nicht auf jeden Fall er 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 Hä, wo bist du? Achso, ich bin runtergefallen. Easy. Ich fühl dich trotzdem in Ruhe. Juhu. Was hast du? Ha, ich hab mehr. Ist die Schluppe. Richtige Deutscher. Alter. Das ist mir ein Schnuppe. Ey Mann, Junge, verpiss dich doch. Ah, du pusst mich, du kleiner Hose. Ja, genau. Wow. Also Black, also Wolf. Oha. Nein. Ich hatte 6 HP und erst so rumshot, aber ja, hab ich Leben bekommen. Das ist schon wieder so One-Shot. Ey, und der ist auch One-Shot. Ja, du willst mich verarschen. Wenn der mir abgestoppt wird, ich fühle mich fast aus. Wo ist der? Und ich werde gespeitert natürlich. Kannst du nicht? Ruhe. Und du bist nie. Genau. Und du bist. Nein. Ich bin der Wettbewerb. ab ab schon wieder mit zwei auf mich wer war der zweite ich hab noch Schüsse gesehen abhaben ist da oben du kleiner Kälter ich hab Fabi kommt her ich hab mich gesandwiched Hey! Ach, Scheiß drauf. er hat nicht gebaut ich habe sogar gebaut und schon diese elitier bewegung auch die war ich doch ganz schön wo bist du wir du bist so kacke oho ich wollte es bleibt ich hab so kamer kassiert aus dem hp 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 ich hab ihn mit 7 hp geholt kleiner bordalter ich bin einfach der beste ich bin einfach der beste ich bin einfach der beste wahl jungen achtiger leck mich am arsch alter leck mich am sippi alter jungen leck mich am sippi jungen leck mich am sippi jungen leck mich am sippi m h hilfe der kleine abschlauber ich bin grad lost j-j-j-j-j j-j-j j-j j-j-j j-j j-j Oof. Die halten sich da auf hier. Wo bist du denn? Wo bist du gespawnt? Wenn man gut snipen kann, macht es Spaß. Bei dir sind es so viele. Du bist so kacke. Du bist so kacke. Easy Snap. Dann kommt dieser Marker oder so weiter. Er wird mit dem Geekl-Slamm. Dann passiert ein One-Pub von mir. Och Mann! Da wurde mir so abgestaubt und ich werde gelasert. Fabi, du Affel! Scheiße! Ich habe 37 HP. Ah! Er freut sich! Wie viele Kills hast du? Hab dir geholfen. Ich schwöre, er wird dich noch holen. Ich schwöre, er wird dich noch holen. Ich werde den dir so... Ich werde den dir so... abstauben. Nein! Was schon lauf? Er hat Blue Light! Mann! Da waren so viele. Danke! Jeder ist auf mich gegangen. Unfair! Ah! 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 Ah, ihr Kart zu Opa. Mitglied. saya akan berj ізat bLaub. Ups, abgeklappt. Uiii, kack. Was für Spawn-Shots? Bindert. Ups. Achso. Genau. Faktisch durch. Er pick-exit mich, weil meine Pampfen leer war. Oh, was war das denn für... Mensch, Junta. Ups. Ich weiß, wir alle wissen, dass du scheiße bist. Ey! Geht doch. Ey, Junge. Mann, Junge. Erste One-Shot. Jo. Mann, Junge. Heads-Bowl. Ne, ne, da bin ich... Digga, ja, war so One-Shot und gibt mir dann so'n Lucky One-Pump, Digga. Ich kann nicht mehr. Ja, sorry dafür. Achso, Überbuch. Fuck. Ey, ich geh dich so holen, Alter. Ey, Mann. Mann. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Mann, ich kassiere Minigang-Hilz. Oha, Tüchler. Mann. Ah, jawohl. Ach, hier haben wir rollen. Ah, du holst ihn. Oh, mein Mann. Weil ich auch nicht full life hatte wegen... einfach ne Scheiße... ne Minigang-Splayer. Keine Ahnung. Der hat mich in der Luft gelasert. Bleib mal stehen. Scheiße. Du wurdest nicht gesnipet, du Affe. Oh je. Ja, mein Konzept ist doch was. Ach ja, genau, Alter. Leck mich aber auch schon. So, der ist es. Oh, er ist Wurtschock. Ja, Gott nicht. Oh, jawohl. Puh. Das war jetzt richtig. Oh je. Nee, ich mit dir team. Du bist so schlecht für mich. Da wurde so gelasert, du kleiner Hund. Was wirft der da? Ach so, Impulsis. Ach, er hat den getroffen. Weil du zu kaka bist? Wie viele Kills hast du? Hä, du kannst nicht mehr haben als ich. Schickes Friedenschlag. Ui, der passiert. Oh je. Ich bin so ein bisschen aufs Player. Du verdient, du Hulsohn. Was mit seinem Aim los? Ach, du Lackholm. Ich hab nie was gesagt. Er macht aller Hurtbar. Oh, ich hab nie was gesagt. Aber noch nicht. Ich bin kurz auf K. Ich mach mir Abendbrot. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 ... 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 schlussend schluss abholten easy neue stufe die die Weichung gespielt drei jahre gelaufen weiter das ist mitkrieg Das war's für heute. Digga, was backiert die da die ganze Zeit? Hallo. Das ist ein Gegner? Ach ja, hier ist das Wort und ich ein Gegner. Das war's für heute. Mann! Du-du-du-du! Mann! clapping, so mother-ficker? Hallo hol noch mal ne krarte, alter detrap los. Ich verlasse gleich. Meine Karte, Digga. Das ist doch nicht gut. Ich will sehen, wie die Verweckung... Ne, ich will aus, kein Bock mehr, Alter. ... ... ... ... Das war's für heute. Drei Sachen? Das ist ihr. Das haben doch keine Menschen davon bekommen. Von jeder Jäger und Gejagd. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach nein. Ah, der oben. Alles klar. Warte, wird noch irgendwas? Mach ich das noch? Besuche... Warte mal heute kurz. Dock-Deal. Ach Mann! Ach, da oben. Aber wo ist das? Und was ist das? Die Location, was ist das? Ich seh's da oben rechts, aber... Ich seh's drauf. Ich seh's drauf. Ich seh's drauf. Ich seh's drauf. Fuiiii... Siehst du, dort oben rechts, dort... Über-Early-Eck-Rolls. So, bis hin links. High Platz... ... Beat zurück. Achso, das ist glaube ich bei Dirty Dogs. Kann das sein? Dort. Ich kriege erst mal Dirty. Easy, die T-Mate sind komplett. Zu wild, da zu wild. War das hier? Ja, das ist das. Dort drauf, genau dort drauf irgendwo. Das ist T-V. Das End müsste ich einfach noch finden können. Zu wild. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Easy. Oh Gott. 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 auf jeden Fall viel Jugo meine Level, alter ach man so und dann findet er auch noch so so ich hier noch zurück. Eine Bulli-Kiste. Eine Bulli-Kiste. Irgendwas. Eine. Nicht zwei, sondern nur eine. Scheiße, irgendein. Göttmal, eine. Wann, ooooh. Ich hoffe, hier wüsste ich. Glutet. Natürlich sind hier Kisten, aber keine Bulli-Kisten. Ach, geht doch. Ach, warte, ich brauche noch einen Halsmaul. Ach, warte, ich brauche noch einen Halsmaul. Oh. Dino hat gar keinen Bulli-Kisten. Ich brauche noch nicht. Ich brauche noch einen Halsmaul. warum benutzer nicht sein das ist doch viel geiler als die die er hat hat die 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 und vorgab und die bohrer es gibt es zwei schädel das auspust Aber da war es glaube ich, schon. Das ist auch eine Faltkarte. Das ist auch eine Faltkarte. So, das ist auch eine Faltkarte. So, das ist jetzt ein bisschen zu sehen. So, das ist jetzt ein bisschen zu sehen. Was ist denn da? zu wilder Digger das Biggie Digger dein Leck komplett alter Fahrt tschüss Fahrt tschüss Fahrt tschüss Digger 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 Ich bin auf uns da. Ich bin auf uns da. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh Gott, das kann ich jetzt noch machen. Ich kann ihm eigentlich nicht helfen. Das ist doch scheiße. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin weg. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oha. Oha. Oh. 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 und du willst du nachher kannst du mir nach an den epik freundschaft afrockschen schicke ja okay aber ich muss eh gleich auf schule ja wie viel jahre bist du 12 wenn hast du morgen dann bist du morgen wieder die um 16 30 das heißt am 3 und am 4 was am 4 uhr des 3 uhr halb fünf also 6 30 bei der schule geht es ist viel versteckt Ich habe das Gefühl, ich schaffe. Ich bin jetzt nicht mehr. 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 Und jetzt kommt das zu. Was ist das? Was ist das? Ich bin der Schaden. Ich bin der Schaden. scheiße ich habe vergessen die freundschaftsanfrage zu schicken wie heißt du wie schick mir eine falsche verfrage groß p und dann pascalino 07 und das p ist groß wie kriegt man klischen zweitens für form ich muss auf dem bus los das muss ich noch machen Ok, kurz, ich habe es schon veröffentlicht.